So, dann mal ein Hallo und herzlich willkommen, Freunde, ich bin das Video mit Jesse und weiter geht's bei den Starter Builds mit den Mönchen. Ihr seht schon im Hintergrund, Paragon Games ist natürlich alles draußen und es gibt zuerst mal ein bisschen Gameplay. Danach gehen wir auf Skills und natürlich auf die Items nochmal individuell ein. Prinzipiell ist das Starter Set, in dem Fall wäre ja ein Gewand der Stürme, genauer gesagt Gewandung des Affensets. Ja, das wisst ihr ja von dem Dings, wo die Stapel praktisch mitzählen und sich auf das Talent auswirken. Unser Talent, was jetzt hier Damage macht, ist in dem Fall Woge des Lichts. Liegt einfach daran, natürlich könntet ihr auch Fegender Dritt oder sowas spielen, aber da müsst ihr dann in die Gegner rein und Woge des Lichts. Das merkt ihr ja, ihr könnt die Glocke überall hinsetzen, die schlägt ein, es fährt zum Feuerschaden auseinander und die Gegner sind tot. Das ist halt auch eine ideale Key-Speed-Farm-Skillung. Alter, was für ein schweres Wort. Also wenn es darum geht, Keys zu farmen und so weiter, kombiniert mit Ingium, das ist halt super fast. Also mit ein bisschen Gier knallt der Mönch durch Qual 16. Also da hat ein Demon Hunter oder Wirbelwindbar Probleme mitzukommen, was einfach an den Normen CDR-Werten liegt. Auch hier wieder das Ganze ist ohne das Season 25 Thema, also sprich ohne die Soul Shards. Weil wenn natürlich die Soul Shards dazukommen, dann wird der nochmal um einiges stärker, der Mönch und dann knallt es halt richtig. Aber so zum Starten, ihr seht jetzt der Greater Rift, der läuft soweit ganz gut. Wir müssen ein bisschen auf die Zähigkeit achten, natürlich auch darauf achten, dass von Reißender Wind die Stapel nicht auslaufen, weil das ist ja der Multiplier, welcher praktisch über das Set wirkt. Das heißt, jeder Stapel ist auch purer Damage. Es gibt so Bequemlichkeit, werden wir gleich bei den Items sehen, aber aus Bequemlichkeitsgründen wäre es halt noch ganz cool, wenn ihr auch den Kopf und so weiter dabei hättet. Weil sonst würde die Glocke ja auf euch droppen und nicht praktisch ein bisschen weiter entfernt. Aber ich glaube, mit ein bisschen Farmen kann man sich das hier ganz gut zurechtlegen. Ich würde wahrscheinlich Kopf mal als erstes versuchen bei Kadala zu kriegen, damit ihr eben den Blick kriegt. Wenn ihr bei Kadala kein Glück habt, immer wieder der gute Hinweis, ihr könnt auch Items aufwerten. So viele gibt es da beim Kopf nicht. Das ist vielleicht noch ein guter Tipp, um das hier mitzunehmen. Die Spielweise, defensive Talente habt ihr eh gesehen, sind immer am Start. Den rasenden Angriff nutzen wir für das schnelle Weiterkommen und natürlich auch für diverse Positionierungsgeschichten. Und ansonsten Wolf Guardian getötet, können wir rüber switchen zu den Talenten. Also wir spielen mal erstens Woge des Lichts mit explosives Licht. Habt ihr gesehen, das macht natürlich hier den gesamten Schaden. Reißender Wind mit innerer Sturm, um die Stacks und alles weitere aufrecht zu erhalten. Die Verbündeten mit Luftverbündeten, auch um hier nochmal ein bisschen Spirit und so weiter zu kriegen. Rasender Angriff mit rasend schnell. Da wäre natürlich auch eine andere Runde möglich, damit wir uns gut positionieren können. Und die zwei defensiven Sachen, Mantra, die Entrückung mit Wendigkeit und natürlich die Offenbarung mit Wüstenschlei, um das Ganze hier ein bisschen abzurunden. Zusätzlich haben wir dann hier noch, damit das Ganze vorangeht, Fanal. Die Gelegenheit beim Schopferpark, Nahtrot, Pfad des Wächters, beziehungsweise auch gerne Momentum. Also von den passiven Fähigkeiten, da seid ihr ein bisschen flexibel. Dann nehmt ihr das, was sich mehr oder weniger für eure Spielweise am besten anpasst. In Kanaiswürfel, da habt ihr nicht so viel Auswahl. Da spielen wir auf jeden Fall mit dem Stab zuerst. Dann haben wir hier noch die Nemesis dabei. Wenn ihr Solo unterwegs seid, könnt ihr den Slot gerne für etwas anderes nutzen. Weil da ist Nemesis auf dem Begleiter und natürlich dem Prunkring. Ist am Anfang der Season immer ein bisschen nervig, den zu finden. Müsst ihr ein paar Akt 1 Bounties machen, dann solltet ihr auch droppen und dann geht es hier wunderbar voran. Ingeom sowie auch die Waffe werden zwei wichtige Parts. Also wir haben hier unterschiedliche Kombinationen. Speedfarmen ist natürlich mit Ingeom. Das andere Farmen, wenn es in die Greater Wifts geht, vielleicht über 90, dann müsstet ihr hier die Waffe gegen die Klingel tauschen. Dann funktioniert das auch wunderbar. Von den Stiefeln her ist, glaube ich, eine ganz klare Sache. Die gröbsten Stiefel für die Verbündeten. Setboni, ein paar Items, damit der Setboni aktiv ist. Der Kopf wäre eben Quins Blick. Das ist das, damit die Sachen dann entfernt droppen. Bei den Handgelenken haben wir Bintos Stolz. Damit da hier noch ein bisschen Extraschaden dazu kommt. Was bei dem Set noch spezieller ist, nennen wir es mal so, ist natürlich auch das Amulett. Also ihr könnt durch Sumvukus Amulett, habt ihr eben die Möglichkeit, die anderen Slots, eben Schuhe, Kopf, anders zu, ja, einfach anders zu bekleiden. Damit das sich hier mehr oder weniger wunderbar ausgeht. Die Schultern sind dann eben auch vom Gleichgewichtssatz her von Sumvuku. Und dann, glaube ich, haben wir hier mehr oder weniger alles ready. Als Gems wäre dann der Grüne, beziehungsweise der Zeiss, beziehungsweise Verderben der Mächtigen. Also wir haben es jetzt ohne Gems gespielt. Ihr spielt das natürlich mit Gems, dann könnt ihr das hier wunderbar abrunden. So, meine Damen und Herren, das war es. Kurz, knapp, knackig. Unterhalb ist wieder der Guide verlinkt, falls ihr was nachschauen möchtet oder falls es zu schnell war. Fragen in die Kommentare. Und jetzt, wie immer, wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg in der neuesten Season.